Musik Wie viele arme Menschen kennen Sie? Keine? Dann irren sie sich höchstwahrscheinlich. Wir begegnen Armut nämlich ständig. Sie ist nur oft unsichtbar. Genauso wie Gewalt gegen Frauen. In Österreich sind 1,2 Millionen Menschen und jedes fünfte Kind armutsgefährdet. Jede fünfte Frau hat ab ihrem 15. Lebensjahr körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Sendung über Armut, Kinderarmut und Gewalt gegen Frauen. Das sind schwierige Themen, berührende Themen, aber vor allem welche, wo wir nicht wegschauen dürfen. Ich begrüße ganz herzlich dazu meine heutigen drei Gäste zu diesem Thema. Und mit Ihnen möchte ich auch vor allem darüber sprechen, wie sich etwas verbessern lässt. Herzlich willkommen Carmen Bayer, Sprecherin der Salzburger Armutskonferenz. Gabriele Rechberger, Geschäftsführerin der AG Schutzunterkünfte. Und Markus Kraus, Vereinsvertreter von Kinder haben Zukunft. Schön, dass Sie da sind. Ich würde vielleicht gleich mal um eine kurze Eröffnungsrunde bitten. Können Sie mir sagen, was in Ihrem jeweiligen Feld aktuell das brisanteste Thema ist, beziehungsweise was Sie persönlich dabei am meisten beschäftigt? Gerne vorweg nochmal vielen lieben Dank für die Einladung. Das Jahr 2021 war natürlich auch bei uns sehr stark geprägt von der Pandemie. Hinzu kommt, zu Jahresbeginn hat sich in Salzburg ein neues Gesetz ergeben, nämlich der Übergang von der Mindestsicherung zur neuen Sozialunterstützung, wo es natürlich auch viele Veränderungen für Betroffene, für Armutsbetroffene gegeben hat. In Zusammenhang mit der Pandemie kommen wir sagen, das war das Thema des Jahres 2021 und begleitet uns natürlich auch ins neue Jahr hinein. Danke auch aus meiner Seite von da an für die Einladung. Wir arbeiten auch derzeit an den Aufarbeitungen der großen Probleme aus 2021. Und es sind vor allem Themen, wo es um die soziale Absicherung der Frauen geht, die von Gewalt betroffen sind, aber auch die Maßnahmen, die Gewalt eindämmen sollen und natürlich auch die Beratungsstellen, die Frauen mit Gewalterfahrung beraten oder auch die Familienberatungsstellen, Obsorgeberatung. Also da knabbern wir noch richtig dran, das Jahr 2021 aufzuarbeiten. Ja, für den Verein Kinder haben Zukunft kann ich sagen, dass unsere Arbeit nicht kleiner wird, nicht leichter wird. Und so wie die beiden Vorrednerinnen schon gesagt haben, die Pandemie hat hier eine Verstärkung gezeigt und die Aufgaben sind gewachsen. Sie haben sich aber auch ein bisschen verschoben in unseren Tätigkeitsfeldern, aber das werde ich dann noch ausführen. Danke sehr. Frau Bayer, wann gilt man denn in Österreich eigentlich als arm? Das ist eine recht einfache Frage, die leider eine relativ komplexe Antwort braucht. Denn Armut hat sehr viele Gesichter und Sie haben es im Intro schon angesprochen. Armut ist vor allem ganz oft unsichtbar, weil die Betroffenen Armut nicht herzeigen wollen. Wir sprechen da ganz oft von Scham. Wir wissen, Armut hängt immer ganz eng zusammen mit vielen, vielen Vorurteilen, die Armutsbetroffenen an den Kopf geworfen werden. Wenn man es jetzt auf rein die Einkommensarmut herunterbrechen möchte, da gibt es einen Schwellenwert, ab dem man sagt, ab dem ist man armutsgefährdet. Das ist für alleinstehende Personen liegt ja bei rund 1300 Euro pro Monat. Der Wert steigert sich dann pro Familienangehörige, pro Haushaltsgröße. Sich rein aufs Einkommen zu beziehen reicht aber nicht, weil Armut ist immer eben, wie erwähnt, im sozialen Kontext zu interpretieren. Das heißt, wir schauen uns im nächsten Schritt da an, was kann ich mir mit diesem Einkommen leisten, was geht es sich da aus? Da hat man dann Werte wie, kann ich mir überhaupt spontane Ausgaben bis 1200 Euro leisten, ohne gravierende Probleme zu bekommen? Kann ich mir eine warme Mahlzeit leisten? Kann ich mir gute Mahlzeiten leisten? Also ob es jetzt vegetarisch oder Fleischkonsum ist, aber ist es ausreichend Nahrung, ist es qualitativ hochwertige Nahrung? Kann ich meine Wohnung angemessen heizen und, und, und? Also da reden wir wirklich von existenziellen Dingen, die eigentlich ein Menschenrecht sein sollten, das aber für viele Menschen zum Teil nicht gut erreichbar ist. Und dann sind wir nämlich schon beim nächsten Schritt von Armut. Armut ist immer eine Eingrenzung von Möglichkeiten. Es ist immer eine Einschränkung von Teilhabechancen, ob das ein Kind ist oder eine ältere Frau. Armut geht immer einher mit sozialem Rückzug, weil man es sich eben nicht mehr leisten kann, mit Freunden ins Café zu gehen oder den regelmäßigen Kinobesuch oder die Geburtstagsfeier fürs Kind. Das heißt, Armut ist so vielfältig, so divers, aber es zeigt sich eigentlich immer im sozialen Kontext ganz stark. Man hört ja auch immer wieder von Sozialeinrichtungen, dass Armut strukturelle Gründe hat. Wie würden Sie das aber jetzt jemandem gegenüber argumentieren, der von Kindesbeinen anlernt, dass jeder selbst seines Glückes Schmied ist? Ja, diese Redewendung hat sich leider ziemlich beliebt gemacht. Allerdings kann ich da nur erwidern, okay, man muss schon ziemliches Glück gehabt haben, um ein gutes Leben führen zu können, weil wir sind soziale Wesen, wir sind nicht allein für unser Leben verantwortlich. Das geht ja gar nicht. Der erste Glücksmoment ist, in welcher Familie bin ich geboren, in welchem Land bin ich geboren. Und das geht dann immer weiter. In der Schule beispielsweise habe ich Lehrer, die mich unterstützen oder tue ich mir schwer beim Lehren und habe vielleicht Lehrer, mit denen ich nicht gut zusammenkomme. Trage da vielleicht dann wirklich eine Abneigung gegen Schule mit mir, mit dem mir längerfristig ein Berufsleben dann wieder Möglichkeiten kostet. Das sind lauter Dinge, die kann ich eigentlich als Individuum alleine ganz schwer beeinflussen, unabhängig davon, wie fleißig oder engagiert ich bin. Wenn man dann ins Erwachsenenleben übergeht, wir haben es jetzt eigentlich hautnah alle erlebt, die Pandemie, die Pandemie hat für viele Menschen gravierende finanzielle Einschränkungen mit sich gebracht, hat zur Arbeitslosigkeit geführt. Und da war es völlig egal, wie fleißig oder wie motiviert dieser Mensch war. Wenn eine Gesundheitskrise ausbricht und dann ein Lockdown kommt, trifft es uns alle. Dennoch muss man gleich vorwegstellen, die Pandemie hat trotzdem nicht alle Menschen gleichermaßen getroffen. Trotzdem sind wir abhängig von anderen, von Glück, von Zufällen. Und damit hat sie dieses Argument, jeder ist seines Glückes, Schmied eigentlich schon aufgehoben. Ein anderes Beispiel gibt es ja im Gesundheitsbereich, also auch Krankheiten. Sie haben jetzt schon die Pandemie angesprochen. Die Armutskonferenz Österreich hat eine sehr interessante Studie publiziert, aktuell, und zwar zum Thema Armutsbetroffene und die Corona-Krise. Darin wird die soziale Lage der Betroffenen aus Ihrer Sicht erhoben. Was sind denn da die interessantesten Ergebnisse, vielleicht ganz kurz, aus dieser Studie? Diese Studie ist eben deshalb so wichtig, weil, wie Sie sagen, Betroffene sind selbst um ihr Statement gebeten worden. Es war eine qualitative Erhebung, wo viele, viele Gespräche geführt worden sind. Und ein essentieller Punkt ist eben, dass herausgearbeitet wurde, dass die Pandemie nicht alle Menschen gleich getroffen hat. Wir leiden alle unter ihr, aber eben nicht gleichmäßig verteilt. Das sieht man eben am Faktor Einkommen. Wer vor der Pandemie ein geringes Einkommen gehabt hat, den haben natürlich Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit viel stärker getroffen, weil der Ausgangswert ja viel niedriger war, wie bei einem unselbstständigen Angestellten, der, weiß ich nicht, 2000 Euro verdient hat. Dann ein paar hundert Euro weniger, in Kurzarbeit weniger weh. Zugleich haben wir gesehen, Menschen in prekären Anstellungen, HilfsarbeiterInnen, die vielleicht so schon wenig finanzielle Mittel zur Verfügung gehabt haben, und die waren die Ersten, die in die Arbeitslosigkeit geschickt worden sind. Also hier wieder nicht nur 10, 20 Prozent Einbuße durch Kurzarbeit, sondern 55 Prozent Nettoersatzrate. Da sieht man die gravierenden Unterschiede und wieder bis hin zu den SchülerInnen sieht sie das durch. Diejenigen, die am meisten unter Homeschooling gelitten haben, waren diejenigen mit den wenigsten finanzstarken Haushalten im Hintergrund. Frau Rechberger, die Pandemie, haben wir gerade schon gesprochen, hängt natürlich auch stark zusammen mit den Lockdowns. Im vergangenen Jahr wurden die Menschen monatelang amtlicherseits sozusagen in ihre Wohnungen verbannt. Und es gab nur die berühmten vier Gründe, das Haus zu verlassen. Wobei ich sagen möchte, ein wichtiger wurde dabei vergessen, nämlich dann, wenn es zu Hause zu gefährlich ist. Weil es ja nicht so ist, dass jede Frau und jedes Kind in Österreich zu Hause in den eigenen vier Wänden einen sicheren Rückzugsort vorfindet. Sie als Geschäftsführerin der AG Schutzunterkünfte, was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht? Inwiefern haben die Lockdowns häusliche Gewalt beeinflusst? Der Lockdown, also egal jetzt welcher, hat die häusliche Gewalt insofern beeinflusst, dass zum Beispiel vermehrt Nachbarn mitbekommen haben, wenn es in den Familien oder in der Beziehung Konflikte gibt, die zum Beispiel lautstark ausgetragen worden sind, oder wenn es eben zu Übergriffen gekommen ist, also körperliche Gewalt, beziehungsweise auch seelische Gewalt. Und die Leute haben dann schon vermehrt auf das reagiert und haben dann zum Beispiel auch öfters einmal die Polizei gerufen oder andere Aktivitäten gesetzt, zum Beispiel in Beratungsstellen angerufen. Ich kriege mit, dass es bei meinen Nachbarn ständig Konflikte gibt, Streitereien. Ich höre auch immer wieder Kinder schreien, die Frau schreien, was kann ich tun? Und wir haben natürlich jetzt über sehr viele Jahre Erfahrung im Thema Gewalt, in Beziehungen oder innerfamiliäre Gewalt. Und wir haben schon bemerkt, dass die Leute viel mehr darüber sprechen. Das ist auch teilweise diesen Kampagnen geschuldet, die eine andere Sensibilisierung bei der Bevölkerung hervorruft. Und wir haben auch sehr viele Anrufe gehabt während den Lockdowns. Was kann ich tun? Mein Partner oder die männlichen Familienmitglieder setze mich unter Druck. Und wir haben auch viel, viel mehr Beratungen gehabt wie vorher. Also die Wahrnehmung von Gewalt hat sich verändert und auch der Umgang damit. Gibt es eigentlich eine Verschränkung zwischen Armut und Gewalt? Also sind jene Frauen, die Zuflucht in den Schutzunterkünften suchen, auch oftmals armutsgefährdet oder von Armut betroffen? Ja, aber das Thema Gewalt hat nicht so sehr oft mit Armut zu tun, sondern auch wie sich die Beziehung in der Familie gestaltet. Was natürlich dazu kommt, wenn eine Familie auf sehr beengtem Raum wohnt, mehrere Kinder, eine kleine Wohnung, dann ist natürlich die Konfliktlinie ja ganz eine andere. Trotzdem ist Gewalt jetzt nicht nur an die Armut sozusagen gekoppelt. Also Armutsbetroffene sind nicht per se Gewaltbetroffene und Gewaltbetroffene sind nicht per se Armutsbetroffene. Also wir haben auch genug Frauen, die dann in die Beratung kommen, die massiv von Gewalt betroffen sind und wo sozusagen die wirtschaftliche Situation exzellent ist. Also wo es nicht an den finanziellen oder anderen Rahmenbedingungen scheitert, sondern daran, dass die Beziehung einfach nicht funktioniert und eben das Thema Gewalt dann einfach von einer Seite als Lösung angenommen wird, was aber nie richtig ist. Herr Kraus, an Sie dieselbe Frage sozusagen umgekehrt, spielt in den Haushalten der Kinder, die bei Ihrem Verein unterstützt werden möchten, Gewalt eine Rolle oftmals? Also wir sehen schon aus den Anträgen, die an uns gerichtet werden und durch die Vorarbeit der Sozialarbeiter, die sich mit diesen Fällen befassen, dass Gewalt im Spiel ist, in manchen Fällen. Aber das ist nicht das, auf das wir unsere Arbeit richten. Unser Zweck ist, das Ziel der Gründerväter des Vereins war, Kinder, die in Armut und in Not aufwachsen müssen, denen zu helfen, den Start in ein Leben hinein, das möglichst passend ist. Dass hier Unterstützung gegeben wird in Kleinigkeiten für manche, die aber ohne diese Unterstützung zu einer sozialen Ausgrenzung führen würde. Also mit Gewalt haben wir am Rande zu tun, aber das ist nicht unser Hauptthema. Frau Bayer, Sie haben vorhin schon kurz Geldnöte und Arbeitslosigkeit angesprochen. Sprechen Sie sich eigentlich für ein höheres Arbeitslosengeld aus? Und wenn ja, wie argumentieren Sie das? Definitiv. Die Argumentation fällt nach so einer Pandemie verhältnismäßig leicht. Wir wissen, arbeitssuchende Menschen sind überproportional stark von Armut betroffen. Da gibt es eine Statistik beispielsweise vom Momentum-Institut. Und sieben von zehn Langzeiterwerbslosen sind auch armutsgefährdet. Natürlich bei einer Nettoersatzrate von 55 Prozent. Und da wieder der Verweis drauf, eben, wenn ich vorher schon nicht viel verdient habe, sagen wir mal 1.200 Euro netto, dann ist die Hälfte davon fatal. Und dann auch noch der nächste Schritt ist, diese Menschen stocken dann eben mit der Sozialunterstützung auf, die quasi das allerletzte soziale Netz ist. Sprich, ich muss nicht nur zu einer Behörde, sondern zu zwei Behörden und da die ganzen Nachweise vorlegen, den ganzen bürokratischen Prozess durchlaufen. Das ist nicht nur für die AntragstellerInnen sehr nervenaufreibend, sondern kostet ja dem Staat da zweimal eine Verwaltungspauschale sozusagen. Das heißt, das macht aus doppelter Sicht wenig Sinn, weil die Menschen brauchen die Leistung. Die Menschen müssen ja irgendwo ihre Existenz sichern können. Und da ist es doch besser, wenn ich das direkt bei einer Stelle gut abgesichert bekomme, wie die Menschen müssen dann die Ressourcen, die sie haben, dafür aufwenden, dass die ganze Bürokratie auf die Reihe kommen, anstelle sich eine Arbeit zu suchen, die auch wirklich gut passt. Wir wissen ja, die Gefahr, in Armut abzurutschen, ist besonders groß bei Langzeitarbeitslosigkeit. Was braucht es denn da aus Ihrer Sicht? Ganz viele unterschiedliche Initiativen und Beschäftigungsprojekte. Also ich möchte beispielsweise aufs Marienthal verweisen. Das kennen einige eben aus dieser Studie, wie sich Arbeitslosigkeit auf den Menschen auswirkt. Jetzt gibt es wieder ein Projekt, das wesentlich schönere Inhalte verfolgt, nämlich wie kann man langzeitbeschäftigungslose Menschen wieder gut ins Erwerbsleben, in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt reintegrieren. Und dafür hat die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem AMS und begleitet von WissenschaftlerInnen, die das untersuchen, die Effekte eben, gibt es eine Arbeitsplatzgarantie für alle erwerbslosen Menschen dort. Sprich, es werden Arbeitsplätze geschaffen, es gibt eine Betreuung drumherum. Der erste Schritt sind meistens Arbeitsplätze, die der Region, der Gemeinde zugutekommen. Menschen können da in Betreuung herausfinden, wo sind meine Fähigkeiten, was kann ich, wo gibt es Potenzial, um dann eben im nächsten Schritt auf Basis dieser Erfahrungen in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Und das Schöne daran ist, ein beschäftigungsloser Mensch kostet dem Staat in etwa 30.000 Euro pro Jahr. Einen Arbeitsplatz zu schaffen im Rahmen von diesem Marienthal-Projekt kostet knapp unter 30.000 Euro. Es ist also eine Frage der Gewichtung. Wo lege ich meine Energien hin? In die Arbeitslosigkeit oder in die kreative Schaffung von Arbeitsplätzen? Das heißt, ein Vorbildprojekt, an dem Sie sich andere orientieren könnten oder wo man mehr in diese Richtung schaffen könnte. In Österreich ist ja laut Volkshilfe jedes fünfte Kind, das sind 350.000 Kinder, eben armutsgefährdet. Jetzt bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige, die sich fragt, wie kann das eigentlich in einem so reichen Land wie Österreich sein? Diese Frage ist sehr berechtigt. Sie haben es vorhin schon angesprochen, es sind 1,2 Millionen Menschen in Österreich armutsgefährdet. Wenn wir diese soziale Komponente hinzunehmen, sind sogar 1,5 Millionen Menschen aus Salzburg heruntergebrochen, 75.000 und davon 23.000 Kinder und Jugendliche bis 24 Jahren. Wir haben jetzt schon die klassische Armutsdefinition gehört. Natürlich haben diese betroffenen Menschen alle Kinder und dann müssen wir uns noch anschauen, okay, Armut wird vererbt. Es ist in Österreich nach wie vor schwierig, wenn man aus einem betroffenen Haushalt kommt, sich aus dieser Spirale loszulösen. Wir haben es auch schon erwähnt, es beginnt bei der Situation zu Hause. Armutsbetroffene Eltern sind psychisch und körperlich ganz anders belastet, es gibt einen Zusammenhang. Das bekommen auch die Kinder mit. Auch die Kinder spüren das emotional. Auch da ist dann natürlich klar, dass ich mich in der Schule vielleicht weniger gut engagieren kann, wenn zu Hause weniger Zeit ist zum Helfen bei den Hausaufgaben. Nächster Faktor. Und, und, und bis hinzu kann ich mir die Nachhilfe oder den Laptop fürs Homeschooling leisten. Diese Chancen bestimmen aber wesentlich, wie es mir später im Berufsleben geht. Also da wieder dieser Mangel an Möglichkeiten, der zieht sich durch ein Leben, wenn man wirklich in den entsprechenden Verhältnissen ist und dann mit der entsprechenden Unterstützung von Vereinen und, und, und bekommt. Und was wären aus Ihrer Sicht richtige Schritte, die das Land Salzburg unmittelbar und realistisch setzen könnte? Der erste Schritt wäre zum Beispiel, und der wäre wirklich einfach umsetzbar, das ist eine Frage des politischen Willens. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, wir haben ein neues Sozialunterstützungsgesetz. In diesem Gesetz die Kinderrichtsätze zu erhöhen. Das Gesetz bringt allgemeine Verschlechterung für die Bezieherinnen. Diese Verschlechterung kann man zumindest für Familien aufheben, indem man als Landesregierung einfach sagt, passt, wir erhöhen die Richtsätze, um das abzufangen, um zumindest die Familien dort zu unterstützen. Da ist man nicht abhängig vom Bund oder von den anderen Ländern. Das kann Salzburg für sich entscheiden. Eine Institution, die eben ganz praktisch daran arbeitet, bedürftigen Kindern zu helfen, ist der Verein Kinderhabenzukunft. Herr Kraus, können Sie uns vielleicht eben auch in Anschluss an das, was Frau Bayer jetzt über Kinderarmut gesagt hat, berichten, was der Kern eurer Arbeit ist? Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, aber vielleicht noch ein bisschen konkreter und wem genau geholfen wird. Also das Ziel des Vereines ist, Kinder, die in Armut und in finanziell beengter Situation aufwachsen müssen, Hilfestellungen zu geben, um den Anschluss ans Leben nicht zu verpassen. Jetzt grob gesprochen. Wir sind so organisiert, dass wir möglichst niederschwellig versuchen, die Zugänge zu uns offen zu halten und versuchen zu vermitteln, dass wir mit möglichst geringem bürokratischen Aufwand und äußerster Diskretion da sind für Anträge von Erziehungsberechtigten von Kindern. Das geht also ungefähr bis zum 18. Lebensjahr, bis zur Volljährigkeit. In manchen Fällen geht es auch darüber, aber das ist etwa die Richtgröße, dass sich die vertrauensvoll an uns wenden können. Hier wird es geprüft auf inhaltliche Richtigkeit, ob der Antrag gerechtfertigt ist, ob wirklich diese finanzielle Situation besteht. Dann wird das Ganze auch meistens begleitet von Sozialarbeitern. Wenn nicht, dann haben wir unsere freiwilligen Mitarbeiter, wir sind übrigens alle freiwillig und ehrenamtlich tätig, die dann hier den Antrag beurteilen und dann wird äußerst unbürokratisch und rasch punktuell geholfen. In manchen Fällen auch etwas länger. Die Gebiete haben sich mit der Zeit herauskristallisiert aus den Anträgen, damit wir auch hier eine gewisse Übersicht, in welche Richtung unsere finanziellen Mittel fließen sollen. Das ist Aus- und Weiterbildung, Gesundheit, das Nötigste zum Leben und Sport. Aus- und Weiterbildung ist also in den letzten Monaten durch die Homeschooling-Situation sehr verstärkt gewesen. Korrespondierend dazu natürlich genau das Gegenteil. Sport ist fast zurückgegangen, weil die Vereine nicht tätig sein konnten. Das Nötigste zum Leben, das sind Sachen, die, also auch alle, aber die ganz besonders erschütternde Fakten uns zeigen, dass die Eltern nicht einmal Mittel haben, um dem Kind ein Bett oder einen Kasten zu besorgen. Und da gehen wir zu den entsprechenden Geschäften und kaufen für die ein oder die bekommen das Geld oder es läuft über den Sozialarbeiter oder so irgendwie. Gesundheit ist für uns in diesen Fällen, wo die Krankenkasse nicht tut oder nicht im kompletten Ausmaß Therapien oder Leistungen erbringen kann, die aber entscheidend sind für die psychische und körperliche Wiederherstellung oder überhaupt Aufbau einer Kompetenz von Kindern. Und Sport ist, wie schon der Name sagt, dass die Kinder auch hier die Möglichkeit haben, eine Betätigung zu haben. Da sind wir zum Beispiel tätig für Vereine, Fußballvereine, dass sie dort Interesse bekommen. Dass die Kinder die Möglichkeit haben, eine Sportwoche zu machen. Da unterstützen wir, weil das Land hier Aktivitäten zurückgefahren hat und die Eltern nicht so viel Urlaub haben, um die Kinder in den Sommerferien zu beaufsichtigen, zu beschäftigen oder ihnen etwas bieten zu können. Und da sind wir dazu da. Und wie erwischt man sie? Wie kommt man zu ihnen, wenn man ihren Verein braucht? Ja, also da ist es so, dass wir im Internet vertreten sind. Da gibt es also die Homepage Kinder haben Zukunft. Das sind alle Telefonnummern und E-Mails-Adressen. Aber es gibt auch, wir haben freiwillige Mitarbeiter, die in den verschiedenen Gemeinden und Bezirkshauptmannschaften bei den Kinder- und Jugendämtern Informationen abgeben, Flyer in Auslagen von Geschäften oder in Arztordinationen oder, oder, oder. Was wir, wenn jemand uns spenden will, das übrigens noch ist, wir finanzieren uns ausschließlich aus Spendengeldern. Und wer uns etwas zukommen lässt, der kann ich garantieren, dass wir, wir haben das Spendengütesiegel, dass wir diese Mittel zu 100 Prozent an die Zielgruppe weitergeben können. Und wenn jemand aber mitmachen will, dann wird er mit offenen Armen empfangen. Und wir freuen uns über jeden, in jeder Gemeinde mindestens einen, zwei, die vor Ort wissen, wo hapert es, wo kann man hier konkret tätig werden. Vielen Dank für diesen Einblick in den Verein. Gerne. Frau Rechberger, ich möchte noch mal zu Ihnen kommen. Es gibt ja seit heuer ein neues Schutz- und seit letztem Jahr eigentlich ein neues Schutzunterkunftskonzept für Frauen und ihre Kinder im Bundesland Salzburg. Können Sie unseren Zusehern und Zuseherinnen das vielleicht kurz erklären? Ja, gerne. Also Schutzunterkünfte bedeutet, dass es mehrere Wohnformen gibt. Da gehört eben dazu, klassisch das Frauenhaus, aber auch die sogenannte Schutzwohnung. Und diese beiden Wohnformen unterscheiden sich einmal durch die Lage im Bundesland Salzburg. Wir haben in den Bezirken Lungau, Pongau, Flachgau und Tennengau Schutzwohnungen, damit eben die Frauen, die in den Regionen leben, nicht komplett aus ihrem Umfeld gerissen werden. Das Frauenhaus Pinsgau existiert ja nach wie vor und wir haben auch in Pinsgau eine Übergangswohnung und diese Schutzunterkünfte haben ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. Das heißt nicht, dass die Schutzwohnung zum Beispiel unsicherer ist wie das Frauenhaus, aber es ist ein anderes Konzept. Und es ist auch wichtig, dass die Frauen die Wahlmöglichkeit haben, entweder in das Frauenhaus zu gehen mit einer 24 Stunden Vor-Ort-Betreuung oder auch in eine Schutzwohnung, die völlig anonym ist. Also wir werden auch nicht sagen, wo diese Schutzwohnungen sind. Das haben wir voriges Jahr nicht gemacht, das machen wir heuer auch nicht. Und bei den Schutzwohnungen ist es so, dass es eine direkte Anbindung zur nächstgelegenen Polizeiinspektion gibt, damit, falls es doch aufkommt, wo diese Schutzwohnung ist, ein Täter versucht, dort hin zu gelangen, haben die Frauen einfach den Schutz der nächstgelegenen Polizeiinspektion. Und das funktionierte letztes Jahr schon sehr gut. Und wir hoffen, dass das heuer auch so bleibt. Frauenmorde sind auch leider ein Thema, das uns momentan viel beschäftigt. Letztes Jahr bis zum 30. November kennen wir die Zahl, sind in Österreich 30 Frauen ermordet worden. Und auch die Zahl der Femizide steigt, also der Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind. Was könnte denn dazu beitragen, solche Morde zu verhindern? Also wir hatten schon einmal ein Konzept eingereicht. Da ging es darum, dass die digitale Sicherheit der Frauen verbessert werden kann. Das heißt, dass es viel schneller Hilfe gerufen werden kann, wenn die Frau in eine Situation kommt, wo sie merkt, es wird jetzt sehr gefährlich. Und auf der anderen Seite sind die Täter, die die Frauen umbringen, meistens vorher schon amtsbekannt gewesen. Seit 1. September 2021 gibt es ja diese Gewaltpräventionseinrichtungen, zu denen die Täter, die weg aus den Wohnungen gewiesen wurden, hingehen müssen. Zu einer Beratung ist eine verpflichtende Beratung. Das wird auch sanktioniert, wenn sie nicht hingehen. Also das ist auch einmal ein richtiger Schritt. Und es darf eigentlich nicht mehr so sein, dass die Frauen und die Kinder weggehen müssen, sondern eigentlich müssen die Täter weggehen. Und mittlerweile werden auch, wenn es zum Beispiel Wiederholungstäter sind, auch Untersuchungshaften angeordnet. Die Prävention in der Information, im Umgang mit Gewalt ist extrem wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass wenn es zu Gewalt kommt, dass die Täter auch verurteilt werden. Weil das schreckt dann doch immer wieder ab. Und auch frühzeitig, vor allem den Jungs, gelernt wird, wie man mit Aggression, mit Wut umgeht. Und dass Wut und Aggression nicht männlich sind. Die Regierung hat ja auch darauf reagiert und ein Gewaltschutzpaket verabschiedet mit etlichen Millionen. Jetzt ist es aber so, dass die Frauenorganisationen des Landes eigentlich einhellig davon sprechen, dass es eine Enttäuschung ist. Sehen Sie das auch so? Und wie würden Sie es sich denn wünschen? Ja, also es wurde eine Summe kolportiert, die sich an und für sich gut anhört. Aber wir wissen also bis heute nicht, wie diese Gelder genau aufgeteilt werden. Und der Hinweis, dass diese Organisationsformen gefördert wird und andere zum Beispiel nicht, das finde ich einfach nicht angemessen. Weil jede Frauenberatungsstelle oder jede Familienberatungsstelle, die zum Thema Gewalt oder Gewaltprävention tätig ist, hat aufgrund der Pandemie, aber auch aufgrund der vielen Veränderungen in der Gesellschaft einen höheren Finanzbedarf. Und Beratungsstunden kosten Geld, das ist wichtig, dass dieses Geld vorhanden ist und das sollte dann auch fair und transparent auf alle Organisationen verteilt werden und nicht Organisationen gegeneinander ausgespielt werden. Und was kann jeder Einzelne von uns tun, wenn er mitbekommt, dass eine Frau körperlich, psychisch oder sexuell misshandelt wird? Also das gilt auch ein bisschen beim Thema Armut mit, weil wir haben auch sehr viele armutsgefährdete Frauen bei uns in der Familienberatungsstelle nicht wegschauen, hinschauen und überlegen, was kann ich als Individuum tun, damit das nicht passiert. Beim Thema Gewalt sage ich immer 133 die Polizei anrufen und bitte nicht selber eingreifen, das kann dann mitunter sehr gefährlich werden. Und auch wenn es Gesprächsmöglichkeiten gibt mit der von Gewalt betroffenen Frau, hinweisen, es gibt jede Menge Einrichtungen, die sie unterstützen, Gewaltschutzzentren, Frauennotruf, Familienberatungsstellen. Auch wir bieten rund um die Uhr kostenlose Beratung an über die 0800er Nummer. Einfach das nützen, nicht wegschauen und nicht denken, es hört eh wieder auf. Es wird niemals aufhören. Frau Bayer, mit Blick auf die Uhr würde ich Sie jetzt mal eine kurze Antwort bitten, aber trotzdem auch eine Frage noch zur Wohnungs- und Obdachlosigkeit, auch ein wichtiges Armutsthema, das wir noch nicht angesprochen haben. Sozusagen dieselbe Frage, ein Tipp, was kann man denn tun, wenn man jemanden sieht, der betroffen ist, wie helfe ich sozusagen richtig? Es gibt kein falsches Helfen, nur Nicht-Helfen ist eigentlich falsch. Also im ersten Schritt vielleicht ansprechen, fragen, ob man helfen kann. Also ganz, ganz niederschwellig. Wenn man merkt, der Person geht es nicht gut oder sie ist nicht mehr ansprechbar, natürlich sofort die Rettung rufen. Alternativ, die Person ist ansprechbar, aber man merkt, es ist eigentlich viel zu kalt, um draußen zu sein. Man hat da nichts mit, um der Person zu helfen. Es gibt das Caritas-Kältetelefon, das da melden, sollte man die Nummer nicht kennen oder niemanden erreichen. Da auch trotzdem bei der Polizei anrufen und das melden, weil es ist in diesen langen, kalten Nächten einfach wirklich sehr gefährlich, wenn man draußen übernachtet. Der nächste Schritt ist natürlich ehrenamtlich sich zu engagieren. Da gibt es das Freiwilligenzentrum in Salzburg. Das ist die ideale Anlaufstelle. Da kann man wirklich mit einer Beraterin abgleichen, was passt zu mir, wofür habe ich die Ressourcen, wie kann ich helfen. Oder natürlich der ganz klassische Weg über Spenden. Wir haben in Salzburg ein paar Notschlafstellen in unterschiedlichen Formen. Das Haus Franziskus der Caritas beispielsweise wäre ohne Spenden nicht finanzierbar, genauso wie viele andere Initiativen, wie die neu gegründete Solibrücke, die ich gerne erwähnen möchte, weil die sich ja besonders für Armutsmigrantinnen einsetzen und da sind Spenden gebraucht, von Geld bis Sachspenden. Eine besonders verwundbare Gruppe unter den Obdachlosen sind abermals Frauen und ihre Lage hat sich in der Pandemie nochmal verschlimmert. Gibt es da ein spezielles, gutes Angebot von Seiten des Landes oder so? Wir sind in Salzburg grundsätzlich nicht schlecht aufgestellt, aber es ist natürlich immer nur Luft nach oben für Frauen speziell. Gibt es beispielsweise im Haus Elisabeth von der Caritas im Winter eine Winternotschlafstelle, wo 20 Frauen übernachten können. Zudem wird in der nächsten Zeit des Caritas Frauennotwohnen aufsperren, ebenfalls in der Pleinstraße. Dort können sich Frauen hinwenden, wenn sie Unterstützung brauchen. Aber es gibt auch mit Winzydach und Mainzuhaus beispielsweise andere Projekte, nicht speziell nur für Frauen, aber dennoch eben unterstützend beim Weg aus der Obdachlosigkeit. Gut, dann bitte ich noch um ein kurzes Abschlussstatement von allen. Und zwar wäre meine Frage noch an Sie, was ist denn aus Ihrer Perspektive ein Wunsch an das gerade angebrochene Jahr 2022? Ja, der Wunsch ist eine Utopie, dass unsere Arbeit überflüssig wird, aber dieser Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen. Und solange diese Aufgabe besteht, wird unser Verein ihre Existenzberechtigung nicht verlieren. Und wir hoffen und wünschen uns, dass uns möglichst viele Menschen helfen mit Spenden, aber auch, wie ich vorhin gerade gesagt habe, mit freiwilliger Mitarbeit, die in jeder Form auch nur einfach mit einem Hinweis, allein das würde schon uns sehr helfen. Danke. Ja, und das möge das nächste Jahr, das kommende, das laufende Jahr, die Zukunft bringen. Bitte. Also wir wünschen uns für das heurige Jahr, dass es zum Beispiel in der Bundesregierung weniger Geld ausgegeben wird für die Eigentarstellung. Und dass dieses Geld einfach den Sozialorganisationen, egal welchen, zur Verfügung gestellt wird. Das ist mein großer Wunsch und das ist auch der große Wunsch der Menschen, die rund um die AG-Schutzunterkünfte arbeitet oder hier angedockt hat. Ich kann mich meinen Vorredner immer nur anschließen und zudem anfange, ich habe es heute schon ein paar Mal erwähnt, mehr Mut in der Findung von neuen Lösungen. Also weg von diesen alten Mustern hin zu ganz neuen Formen der letzten Sicherung der Sozialunterstützung. Stichwort Arbeitslosengeldreform, also da passiert momentan viel, wo man wirklich richtungsweisende, gute Innovationen schaffen kann. Ja, dann kann ich nur sagen, möge die Übung gelingen, beziehungsweise die Wünsche aufgehen. Vielen Dank für die Diskussion und für die wirklich spannenden Einblicke. Und bei Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, bedanke ich mich fürs Dabeisein. Je mehr Öffentlichkeit diese Themen bekommen, desto besser. Auf Wiedersehen und von Herzen einen guten Start ins neue Jahr. Und bei Ihnen, liebe Zuseher, bedanke ich mich fürs Dabeisein.